Hallo lieber Krebs, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deiner neuen Tarotkartenlegung. Diese Kartenlegung gilt für den Zeitraum für die zweite Dekade vage. Die ist vom 4. Oktober bis zum 13. Oktober. Ich bin Angela und dies ist eine allgemeine Legung, eine intuitive Legung für die Allgemeinheit. Und sie kann auf dich zu treffen, aber sie muss nicht unbedingt auf dich zu treffen. Sollte sie nicht auf dich zutreffen, hast du auch die Möglichkeit, in einen deiner anderen Zeichen hineinzusehen. Die Rollen können vertauscht sein, meine Videos sind geschlechterneutral und Zeit ist fließend. Ja, ich werde erstmal eine Karte für deine allgemeine Situation ziehen in dieser zweiten Dekade vage. Ja, mal schauen, was die Karten uns zu deiner Situation sagen. Ja, wir sind ja jetzt mitten in der Waage drin. Also die zweite, es gibt ja immer drei Dekaden und die zweite ist die mittlere. Und deswegen ist es dann halt so die volle, vage Energie, die wir jetzt gerade alle bemerken. Okay, die Welt. Bei dir hat sich ein Gefühl von Ganzheitlichkeit eingestellt. Ja, irgendwie überblickst du eine gewisse Entwicklung im Gesamten und fühlst dich da auch ganz vollständig drin. Diese Karte hat die Position 21, das ist die letzte Zahl von der großen Arcana. Und dann schließt sich der Kreis, danach fängt sie dann mit Null an, mit dem Narren. Deswegen hat jetzt einen ganzen Zyklus auf einer Ebene durchgemacht und hat jetzt das Ergebnis vollständig vor sich liegen. So ein Gefühl ist das. So ein ganzheitliches Gefühl. Ja, wie empfindest du die aktuelle Situation im Moment? Und so noch eine Erklärungskarte dazu. Ja, du konsolidierst. Gehst nochmal in dich und merkst, dass du zwar weit gekommen bist, dass aber noch ein paar Sachen nicht ganz stimmig sind. Und dir fallen halt so ein paar Defizite auf, wenn du darüber nachdenkst. Vielleicht bist du dann auch zu streng mit dir selber, mit einigen Menschen in deiner Umgebung. Das schauen wir uns mal an. Was hat denn zu dieser Entwicklung geführt? Was geht dem voraus? Die Stärke. Ja, vielleicht bist du auch ein bisschen ausgelaugt. Ja, das könnte sehr gut sein, dass du in der letzten Woche viel Kraft aufbringen musstest. Und jetzt ein bisschen kritisch auf das Ergebnis guckst und ein bisschen ausgelaugt bist. Und da irgendwie das Gefühl hast, da fehlt noch etwas. Und in naher Zukunft die acht Stäbe. Ja, da werden Veränderungen auf dich zukommen. Schnelle Kommunikation. Ja, und da wird sich ein Resultat ergeben. Eine plötzliche Nachricht könnte reinkommen. Und dann wird sich plötzlich etwas ändern. Ja. Mit welcher Herausforderung hast du das jetzt gerade zu tun? Worum geht... Achso, ich nehme die anderen Karten. Genau. Ich habe da ja ein System. Mit welcher Energie, mit welcher Herausforderung hast du das jetzt hier zu tun? Ja, eigentlich fühlst du dich sehr wohl. Emotional hat sich etwas sehr Schönes in deinem Leben bei dir eingestellt. Vielleicht hat sich deine Beziehung oder dein familiäres Umwelt positiv für dich positiv weiterentwickelt. Da gibt es sehr viel Harmonie, Reichhaltigkeit. Und man genießt die Zeit mit seinen Mitmenschen sehr. Und ja, es ist auch wirklich schön. Vielleicht hast du auch jemand Neues zusätzlich auch noch kennengelernt. Aber Freundeskreis, Familie, auch auf der Arbeit. Dort könnte das überall gerade sehr schön und harmonisch sein. Ja. Und das Schöne ist, die Kelche, das ist auch deine Energie. Kelche sind Wasser. Da kommen ja auch aus den Kelchen ganz viel Wasser raus. Also da sieht man, wo viel Wasser ist, da sind viele Gefühle. Und ja, und weil das deine Energie ist, schwingst du da voll mit. Dass das auch viele Persönlichkeitsteile von dir aktiviert. Hier oben haben wir nämlich keine Kelchen-Energien, keine Wasser-Energien. Hier schon. Okay, kommt da irgendwie noch eine Energie hinzu? Ja. Ein Prinz der Schwerter. Das könnte eine Person in deiner Umgebung sein. Es könnte auch für Charakter- und Wesenseigenschaften in deiner Persönlichkeit sein. Wir haben ja letztendlich alle Elemente in uns. Hauptsächlich bist du ein Wasserzeichen, aber auch du hast Schwerte-Energie, also Feuerenergie, Luft-Energien, etc. Und der Prinz der Schwerter ist eine Person, die dem Luftzeichen entsprechend ist. Die Person ist eher eine junge Energie. Deswegen etwas draufgängerisch, aber eher nicht so mit Taten, sondern eher so in Wortgefechte. Gedankenspielereien, Gedankenexperimente, idealistischen Gedanken, Idealismus spielt da eine Rolle. Und diese Energie ist auch ein bisschen chaotisch, ein bisschen verpeilt, verplant. Da gehen auch am Tag viele Dinge schief oder Planwechsel. Entweder gibt es da eine Person in deiner Umgebung, die so ist. Oder du neigst ein bisschen gerade dazu, so eine Person zu sein. Also zusammen mit dieser Energie. Ja, oder wirklich was von beiden. Man sucht sich ja oft auch die Person, wo man so ähnliche Entwicklungsstritte machen möchte oder machen sollte. Die könnte dir dann dabei helfen, dann so eine Entwicklungsschritte zu tun. Vielleicht gibt es da, also die Situationen sind alle so unterschiedlich. Deswegen könnte ich mir da auch vieles vorstellen. Es könnte auch sein, dass so eine Person, die so eine Eigenschaften haben, dich auch so ein bisschen stören in deiner Fülle. So eine chaotische Person, so geistig, die kann einen auch ein bisschen die Harmonie kaputt machen. Das könnte auch sehr gut sein, dass... Oder so eine Person kann das aber auch bereichern. Das kann sich positiv und negativ auswirken. Weil so eine Person bringt auch immer viel Wirbel in eine gesellige Runde rein. Ja. Wo kommt denn diese Energie her? Wie hat das denn dazu geführt? Okay, okay, okay. Ah, da kommt zwei raus. Die Ausgleichung. Das ist auch absolute Waageenergie. Wir sind ja jetzt gerade in der Zeit des Waagen. Und dann haben wir hier die Verüpfigkeit, die Vierkirche. Die auch da eine... Ja, da gab es ein sehr... Reichhaltiges Gefühl bei dir. Und die Ausgleichung. Und irgendwie, ja, das würde ich mehr dann als Frieden wirklich so in dem Moment sein zu können, interpretieren. Also diese Fülle, die es hier gibt, die hat eine Vorgeschichte. Diese Harmonie, die du empfindest zwischen deinen Mitmenschen, die war schon letzte Woche da oder die Zeit davor da. Und da war sie vielleicht sogar noch harmonischer. Also nicht, dass es hier jetzt einen Break gab. Aber vielleicht... Es kann ja nicht alles so immer happy sein. Vielleicht verblasst es einfach nur ein bisschen. Aber nicht, dass es dann weniger an Wert oder Qualität verliert, sondern wird so ein bisschen Alltag mehr. Ja. Und wie empfindest du das bewusst? Vergeblichkeit. Also du machst dir irgendwie... Also deine Gedanken sind... Du machst dir irgendwie Sorgen. Dabei läuft eigentlich vieles sehr gut. Du musst dir ja keine Sorgen machen. Vielleicht... Würde ich dir da raten... Halt ein bisschen den Verstand... Mal Verstand sein zu lassen. Und diese Konstrukte, die tun dir irgendwie gerade gar nicht so gut, die gedanklichen Konstrukte. Wie fühlst du das denn? Okay. Der Wagen... Du willst los. Du bist der breit. Ja. Vielleicht ist es so, dass man sich vor der Reise... Du hattest letzte Woche schon mal den Wagen. Und auch diese Sorgen. Du bist noch nicht losgefahren. Und machst dir immer noch viel zu viele Gedanken darüber, habe ich alles beisammen? Wird das alles gut laufen? Was wäre... Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn... Ähm... Ich die falsche Richtung nehme? Was ist, wenn ich die Abwägung für übersehe? Habe ich auch alles ausgedruckt? Also das ist so metaphorisch, ne? Ich weiß nicht... Situationen sind unterschiedlich. Wir haben alle verschiedene Ziele. Aber du hast ein Ziel. Hm. Ja, und... Du solltest jetzt langsam mal losfahren. Bevor du dich hier vorher gedanklich fertig machst. Aber irgendwie... Man kann halt Dinge nicht perfekt planen. Und vielleicht gibt es da einen Ritter der Schwerter, der total unvorbereitet ist. Das könnte sehr gut sein. Und das stresst dich vielleicht. Hm. Vielleicht möchtest du auch diese... Also hier gibt es ja diese harmonische Energie. Vielleicht möchtest du die auch gar nicht verlassen. Vielleicht geht es auch viel darum, dass du die nicht... Dass du... Ah, die verblasst schon. Ne? Dinge bleiben einfach auch nicht wunderschön. Die ist... Diese Sache ist immer noch schön. Aber wie heißt es? Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist. Das heißt ja nicht, dass du alles hinter dir lässt. Das würde ich jetzt nicht so weit gehen. Das ist aber so ein momentaner Zustand, den man verlässt. Die Situationen können da unterschiedlich sein. Ja. Was sagt denn die nahe Zukunft? Die nahe Zukunft will sich nicht offenbaren. Okay, da sehe ich sehr viel positives Wachstum. Das ist wirklich eine wunderschöne Karte. Also wenn du dich auf den Weg machst, würdest du auf sehr fruchtbaren Boden treffen. Dann haben wir hier auch noch die acht Stäbe. Also da kommt eine gute Nachricht auf dich zu. Du triffst auf fruchtbaren Boden. Diese Karte steht auch für Schwangerschaft. Also es könnte durchaus sein, dass auch Familienplanung ein Thema bei dir sein könnte. Das könnte durchaus sein. Aber Schwangerschaft steht auch für die Umsetzung eines Projektes. Das kann halt auch metaphorisch, im übertragenen Sinne gemeint sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr positive Karte. Und deswegen musst du dir da gar keine Sorgen machen. Diese Sorgen, diese Gedanken sind nicht hilfreich. Ja, deine Einstellung zu dieser Entwicklung. Frieden. Naja, irgendwie bist du schon zufrieden, so wie es aktuell ist. Vielleicht hast du gar nicht irgendwie das Gefühl, dass du losfahren willst. Dass es kaum auf dich zukommt. Du bist da eigentlich in einer... Also du siehst vielleicht nicht die Notwendigkeit, etwas verändern zu müssen. Aber du musst auch nichts aktiv tun. Das kommt, glaube ich, schon auch so von alleine. Da kommt ja die Nachricht auf dich zu. Du musst, ja gut, der Wagen, du musst halt losfahren. Aber du packst ja auch schon. Es ist ja auch schon alles... Ja, schwierig. Vielleicht wartest du auf den richtigen Moment. Ja, das ist wahrscheinlich. Deine Umgebung. Wie schätzt deine Umgebung das gerade ein? Oder gibt es da Unterstützung? Ähm... Hindernisse, whatever. Freude. Da ist auch sehr viel Harmonie und Reichhaltigkeit, Wertschätzung. Feiern. Deine Umgebung feiert. Lässt sich gut gehen. Genießt das Leben. Und genießt auch dein... Also mit dir die Zeit zu verbringen. Und dann genießt auch deine Anwesenheit sehr. Ja. Das ist sehr schön. Was... Ähm... Was sind so deine Wünsche und Hoffnungen für die... Ähm... Weitere Entwicklung? Hast du irgendwelche Befürchtungen? Oder Erwartungen? Genau. Okay. Wechsel. Ja. Ja. Du spürst die Veränderung auf materieller Ebene. Das könnte... Also ich hatte ja schon bei der Kaiserin gemeint, dass es da um Familiennachwuchs gehen könnte. Das bestätigt sich dann so ein bisschen. Vielleicht auch irgendwie ein... Ein anderer Wechsel zu mehr Wohlstand und Stabilität. Ein Wohnungswechsel oder eine Veränderung in den vier Wänden. Eine Umstrukturierung der Räumlichkeiten oder im Garten, im Haushalt irgendwas. Oder im Beruf auch, ne? Wenn... Wenn es hier jetzt nicht um Familienplanung geht, dann... Dass ich auch irgendwie... Also kein Jobwechsel im Sinne... Keine so große Veränderung, aber vielleicht ein anderes Büro. Neue Aufgabenbereiche. Das ist das, was du erwartest, ne? Also das ist das, was du dir erhoffst und du erwartest. Das ist so eine Form von Veränderung bewirkt. Und du hast befürchtet... Also ich weiß halt nicht, worüber du dir Sorgen machst. Aber es sind wahrscheinlich einfach nur Gedanken. Die sind auch gar nicht so im Vordergrund. Was wird denn das Ergebnis sein von dieser ganzen Entwicklung? Weiß nicht. Die ist nicht richtig rausgesprungen. Okay. Jetzt weiß ich nicht genau. Ich kann sie ja nochmal... Die Karte, die eben als erstes rausgesprungen ist. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Aber ich nehme sie als Ergänzung mal hinzu. Das war die hier. Also ich fühle mich noch nicht so ganz... Ich kann ja nicht ewig ziehen. Aber irgendwas war gerade. Irgendein komischer... Komischer Dreher. Jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Ja, die ist halt einfach als erstes rausgesprungen. Ich hätte die gleich rausnehmen sollen. Entschuldigt bitte. Irgendwie war meine Konzentration plötzlich ganz weg. Die Zukunft. Ich habe hier jetzt plötzlich drei Karten. Und das sind die neun Schwerter, die vier Scheiben und der Magier. Die habe ich zuerst gezogen. Dann die, dann die. Die ist mir aber so komisch rausgefallen. Aber gut. Rausgefallen ist trotzdem rausgefallen. Das bringt mich gerade voll durcheinander. Ja, aber wir sehen bei den neun Schwertern auf jeden Fall so eine Folge. Hier haben wir die fünf, dann die sieben und dann die neun. Also irgendwie gedanklich machst du da so einen Zyklus durch. Der auch da einfach anstrengend ist. Also da kann ich dir nur raten, lass die Gedanken los. Und irgendwie wirst du auch in der nächsten Woche dir irgendwie Vorwürfe machen. Wegen etwas. Irgendwie. Aber es deutet auch viel darauf hin, dass alles gut laufen wird. Diese vier Scheiben sind eine sehr starke Festigkeit. Und der Magier hinzu ist eine sehr selbstbestimmte Energie. Der kann mit den Dingen in der Umgebung gut händeln. Also wenn es, du wirst auf jeden Fall deine Ziele umsetzen können. Aber da ist halt auf der anderen Seite eben auch in diesem Prozess viele Gedanken, die du machst. In Bezug auf deine Wünsche gibt es auf jeden Fall Grund zur Annahme, dass sie sich erfüllen können. Ne, weil es ist zwei Scheiben, hier sind vier Scheiben. Das sind schon sehr ähnliche Energie. Und tatsächlich sind die vier Scheiben noch stabiler als die zwei. Vielleicht sogar ein bisschen zu stabil. Aber dafür hast du den Magier, um da Leichtigkeit reinzubringen. Also das sieht eigentlich ziemlich erfolgreich aus. Ich möchte dir noch von der Mondenergie einen Ratschlag geben. A time for healing. Eine Zeit zu heilen. Ja gut, das passt gut zu dem Frieden, den innerlichen. So wie du das, so eine Einstellung, deine Einstellung dazu. Zu der Welt passt das auch, dass du eigentlich das Ganze siehst. Ja, wie ich das schon vorhin meinte, um deinen Heilungsprozess zu unterstützen, musst du, die Schwerter, die kommen dir gerade so ein bisschen in die Quere. Also da, dich weniger auf den Verstand zu verlassen, sondern auf deine Intuition und auf deine Gefühle. Das würde ich dir raten. Ja gut, lieber Krebs, ich hoffe, dass dir dieses Reading gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir eine sehr gute Zeit in dieser zweiten Dekade Waage und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen würden. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch etwas in den Kommentaren über deine Situation schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen und das würde mich sehr interessieren. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit, sehr viel heilsame Energie und einen guten Wechsel. Ja, auf Wiederhören.